Eurobike 24 fürs Modelljahr 25, kann man so sagen, geht so langsam in die finale Phase. Über Samstagmorgen haben wir jetzt. Und ich glaube, wir haben uns auch schon alles mitgeteilt bekommen, was an Neuigkeiten zur Eurobike so alles auf dem Tisch liegt. Spannende Geschichten und auch weniger spannende Geschichten. Heute mal am Samstag in einer vielleicht auch News-Spezialfolge so ein paar Gedanken, was sind so ein bisschen meine Top-Neuheiten zur Eurobike 24. Es ist ja so, die Eurobike 24 war für mich so ein bisschen eine Eurobike mit angezogener Handbremse gefühlt. Ein abgeklebter Motor von Bosch ist das ein cooler Marketing-Gag, dass man irgendwann dann, wenn der neue Motor da ist, einfach sagen kann, jupsi, eh alles komplett anders oder mit irgendwas nicht fertig geworden. Schauen wir mal nach. Aber auch, was ich wichtig finde, eine Neuigkeit ist dabei, die ich richtig feiere. Und da schauen wir nachher auch nochmal drauf, heute in der aktuellen Folge. Ein Weg, wo es sehen war auf der Eurobike dieses Jahr, völlig klar, Bikes werden Gott sei Dank auch wieder endlich mal wieder leichter. Das Thema Light E-Bike und Light E-Gravel-Bike geht so langsam jetzt ein bisschen voran, was ich auch so wichtig finde, um wieder mehr Spaß an so einem Fahrrad zu haben und auch ein bisschen diese extrem hohen Fahrradgewichte ein klein bisschen zu reduzieren. Im SUV sind wir ja schon über 30 Kilo mit Gepäck, was schon irgendwann extrem ist und was auch irgendwann auf Thema Fahrspaß und Wendigkeit geht. Mittlerweile ist damit auf dem Weg, dass wir sagen können, wieder Bikes zu haben unter der 20 Kilo Grenze. Könnt ihr schon mal ein Abo da lassen hier auf dem Kanal. Da werden wir nämlich auch in den nächsten Tagen und Wochen mal die ersten Videofolgen zum Rewon von Conway anschauen dürfen. Da freue ich mich drauf, auch ein Light MTB, also ein Light E-MTB mit einem X-Motor, aber auch das neue Nuvon, was rauskam als Gravel-Bike von Conway, finde ich ganz chillig, um einfach mal nachzuschauen, um auch einen vielen Einstieg zu erleichtern in das Thema Gravel oder E-Gravel, was ja gerade auch ein sehr, sehr großer Trend einfach auch darstellt. Da muss ich ganz klar sagen, das sind sowieso die Trends, wo ich sagen kann, markdeckend, die Fahrräder werden wieder leichter. Das ist auch ganz, ganz arg wichtig, weil schwerer sind wir ja lang genug geworden und die Akkugrößen werden auch jetzt wieder ein bisschen kleiner, um einfach auch ein bisschen Gewicht einzusparen, was mit Sicherheit kein Fehler ist. Schauen wir aber mal rein, was sonst noch alles los war. Schwalbe hat ein neues Ventil auf der Eurobike präsentiert. Ja, dieses neue Ventil mit dem Klicksystem, eigentlich an sich ist man ganz chillig und ganz cool. So wie ein paar Influencer-Kollegen das dann gleich hochgelobt haben, uns wird ein neuer Standard werden und und und, da würde ich den Ball mal eine Idee flacher halten, weil man muss auch erst nochmal alles dann umsetzen und jedes Fahrradventil muss dann auch auf dieses Ventil umgesetzt werden, was ich so schnell nicht glaube. Natürlich, klar, haben wir Schwalbe natürlich einen riesen Vorteil, da Schwalbe auch Schläuche macht. Kann man natürlich mit einem gewissen Druck so einen Markt auch vorantreiben. Gar kein Thema. Zum System schauen wir schon drauf. Ich finde es schön spannend. Einfach ein Klicksystem, wo man nicht mehr diesen Hebel umlegen muss, wo die Konnektivität zwischen Ventil oder Pumpe und Ventil einfach so ein Klicksystem generiert wird, ist echt eine coole Geschichte. Man kann es umrüsten. Man kann bestehende Ventile mit diesem neuen Ventileinsatz umrüsten, weil es halt einfach nur ein Einsatz ist. Das kann man sogar auf das Autoventil realisieren, also wenn man am Fahrrad ein Autoventil fährt. Deswegen an sich schon mal eine ganz coole Geschichte. Ich bin dann nur gespannt, wie ein bisschen der Markt reagiert. Wir brauchen irgendwann spezielle Pumpen, Pumpenköpfe, dass dieses System einfach auch rund funktioniert. Mir wurde auch schon in manchen Kommentaren, in manchen Livestreams der Woche ein klein bisschen vorgeworfen. Das Thema hast du dich ja gar nicht tiefgründig informiert. Das System kann man auch mit einer normalen Pumpe aufpumpen. Ja, das mag sein, dass es funktioniert. Aber so ein System muss ja aber einfach auch logisch funktionieren und dann muss das System auch schlüssig sein. Dann brauchen wir auch mal Pumpen im Markt, die dieses System einfach können und und und. Und dann macht es auch die Zubehörindustrie oder die Zulieferer da einfach auch mitspielen. Ich denke, ich könnte so ein Klicksystem, so ein Klickventilsystem einfach auch Sinn machen. Wie schnell es gehen wird, werden wir sehen. Warten wir mal Wochen und Monate ab. Wir werden auf jeden Fall mal einen Satz für den Kanal hier holen. Wir werden mal austesten. Auch austesten. Thema Dichtigkeit. Wie geht es im Alltag mit Dreck auf den Ventilen? Weil ich ja die Schraube nicht mehr habe, sondern nur noch dieses Stecksystem. Das sind alles Dinge zum Ausprobieren gilt, bevor man da vielleicht auch reinschießt. Aber coole Geschichte. Neues Ventil und Schwalbe ist für mich so ein bisschen eine Sache, die was werden könnte. Schauen wir auch mal nach, wo die Reise dahin geht. DJI hat einen E-Bike-Motor und DJI ist in diesem Fall für mich auch der Gewinner von der Eurobike 24. DJI kennen wir alle. Ein sehr, sehr großes Unternehmen aus dem Bereich von Drohnen, Action, Cams, Gimbal, Funkmikros und und und. Also sehr, sehr viel tiefgründige Erfahrung und halt vor allem, was sie können, ist halt digital. Muss man sich ganz klar vor Augen halten. Und Software. Und neuestes Motorenkonzept von DJI ist da. Wie in diesem Video ich euch schon mal gezeigt habe, für mich der wirkliche Gewinner der Eurobike, wenn DJI das relativ cool anstellt, dann könnte das wirklich ein Motor werden, der mal ein paar großen Plären auch in die Suppe spucken kann. Weil ganz ehrlich, das DJI-Motorenkonzept ist komplett fertig ausgerollt. Hat die Funktionen alle schon drin, wo sich, wie in manchen Kommentaren auch zu lesen war von euch, Bosch sich für jeden einzelnen Feature feiern lässt, das ist alles schon drin. Das heißt, wir hätten mit DJI und diesem neuen Motorenkonzept einen komplett fertigen Motor, wo alles drin ist und wo vor allem auch, muss man ganz klar ehrlich sein, mit Sicherheit DJI im Thema Software-Konnektivität, digitale Konnektivität. Mit Sicherheit vielleicht auch so ein paar Nasen weiter vorne sein könnte von manchen großen Playern, weil da halt einfach mit Thema Drohnen und Thema Actioncams und Gimbal und Co. sehr, sehr viel digitale Erfahrung da ist. Bei diesem Motor sehe ich jetzt ein bisschen das Thema digitale Erfahrung. Was sie nicht so wirklich ganz haben, ist das Thema Erfahrung in der Radwelt. Extrem hohe Drehmomente werden bei diesem Motorenkonzept einfach auch rausgehauen. Von 120 Newtonmeter Spitze, meinem Boost-Modus, das geht extrem aufs Material. Da muss man wahrscheinlich dann mal sagen, da muss man sich klein ein bisschen zügeln, dass auch die Materialverschleißgrenzen ein klein bisschen entspannter bleiben. Trotz allem, wenn sich da noch DJI ein oder anderen Konstrukteur aus der Bikewelt einkauft, der noch ein bisschen das Thema auch nach vorne bringt, dann wird dieser Motor, wenn alles gut geht, mit Sicherheit kein Underdog bleiben, sondern wirklich für uns alle auch mal in gewissen Rädern verfügbar sein. Das hoffe ich zumindest, weil dieses Konzept ist fertig und da können wir jetzt an sich morgen schon losfahren. Bikes für dieses Motorenkonzept gibt es leider aktuell nur ein einziges Amflo. Amflo ist eine DJI-Marke, das heißt, es gibt aktuell noch keine klassischen Markenfahrräder mit diesem System. Nur man sieht genau, wo der Hammer hängt. DJI und Amflo wirklich gesagt, sie verkaufen es im eigenen Online-Shop, im eigenen Vertrieb und wollen da Bikes aufbauen im Bereich zwischen 7.000 bis 12.000 Euro. Von der Ausstattung her wirklich, habe ich schon gesehen, in den ersten Sneakpeaks, Magura-Bremsanlagen, Fox-Fahrwerke wirklich im High-End-Bereich. Also, der Weg, wo es hingehen soll, ist schon völlig klar und vor allem auch weg von günstig-Bikes hin zu vernünftigen, richtig coolen Bikes. Deswegen für mich, der Gewinner der Eurobike ist definitiv DJI mit dem neuen Motorenkonzept. Ich hoffe, dass Sie damit Fuß fassen und eventuell auch ein bisschen Dynamik in den Markt wieder hineinbringen. Dynamik in den Markt hineinbringen, Thema E-Shift von Bosch fürs Smart System. Eines der wenigen Features, das eigentlich unterm Radar gelaufen ist, wo ich wirklich als wichtigstes Feature aktuell auf der Vorstellung von Bosch auf der Eurobike für mich rausgesucht habe. E-Shift und man kann endlich elektronisch schalten, automatisch schalten mit dem Schaltwerk von TRP. Das Schaltwerk ist eine Kooperation mit Bosch. Für das eine coole Geschichte. Ist auch nur für diese Bosch Smart System so verfügbar. Müssen wir mal abwarten noch, wie die kompletten Vertriebswege funktionieren, ob man es dann einfach im Markt kaufen kann und oder nur an Neurädern dran ist und oder man es nur über einen Händler bekommt. Das sind alles Dinge, die nicht ganz klar sind. Aber trotz allem ein cooler Weg, dieses in den Markt zu bringen. Und sobald ich mal so ein E-Shift Schaltwerk bekomme von TRP für das Bosch Smart System und oder ein Fahrrad, dann wird es hier auf dem Kanal klar Schrauberfolgen geben oder auch mal Testfolgen, weil das Thema E-Shift mit Kettenschaltung, damit macht sich Bosch halt ein Thema auf. Was ich super wichtig finde, weil die Mitbewerber wie SRAM haben es schon gemacht, also mit einem Brose-Motor. Gut, kann man jetzt sehen und möchte, war halt der Weg, wo sie gemacht haben. Bei Shimano, mit Shimano internen Antriebskonzepten geht es auch schon. Und Bosch ist ja immer ein klein bisschen hinten dran. Ja, ich weiß, es gibt schon ein paar Nabenschaltungen, die da schon länger mit dem Thema kompatibel sind. Aber ganz ehrlich, wir wollen auf der Mountainbike-Welt einfach ein Kettenschaltwerk haben, was E-Shift kann und im SUV-Bereich auch. Deswegen, super spannende Geschichten, ist auch eine Sache, wo ich wirklich sagen muss, da hat Bosch wiederum vielleicht auch was richtig gemacht, aber halt viel zu spät, wenn man sich überlegt, dass andere Player schon sehr, sehr lange können. Und mein Wunsch wäre ja gewesen, ganz ehrlich, dass E-Shift mit SRAM Access funktionieren würde. Weil damit hätte man wirklich eine relativ große Radlergruppe erschlagen, die wirklich schon da ist und SRAM Access halt schon millionenfach im Markt steht. Aber schauen wir mal nach, wo die Reise mit dem Bosch E-Shift und der Kooperation mit TAP in der Zukunft so hingeht. Noch eins war, was aber schon vor der Eurobike, eine Woche fast vorher rauskam. Die Gustav Pro, die neue Magura E-Bike-Bremse kam raus, nicht Mountainbike, wo aber allerdings sehr, sehr groß als Mountainbike-Bremse auch vorgestellt wurde. Das sehe ich definitiv nicht. Die Gustav Pro von Magura ist für mich so eine Bremse, wo ich wirklich sage, cool für ein Schweres Fahrrad, schwere Fahrer, schwere Fahrrad-Systemgewichte. Macht es Sinn, wo halt einfach viel Masse da ist, viel Öl drin ist und vor allem halt auch dicke Bremsscheiben und etwas mehr Material einfach auch zur Hitzeabfuhr da ist. Coole Geschichte. Werden wir auch mal sehen hier auf dem Kanal. Ich werde auf jeden Fall mal eine zulegen, sobald ich eine da habe. Schauen wir auch mal nach, bei einem zulegen, sobald sie mal lieferbar ist. So rum. Und dann werden wir auch mal schauen, wie sich die ganze Bremse so anlässlich anfühlt. Ich liebe meine Magura-Bremsen. Und deswegen finde ich, neben MT5, MT7 ist mal noch eine Gustav Pro zu fahren. Warum auch nicht? Ich sehe sie aber wirklich auf einem schwereren Fahrrad-SUV, wo wir wiederum im Gewichtsbereich sind. Vom Fahrrad schon allein 30 Kilo plus, wo man dann wirklich auch Bremspower braucht. Oder auch bei Fahrern, die wieder schwerer sind. Dosierung und Co., das weiß ich noch alles noch nicht, weil die ganzen Werbevideos von den Markenbotschaftern von Magura, die waren mir fast alle zu blumig und eine Idee zu positiv. Trotz allem, ich liebe die Bremsen und ich freue mich drauf, die hier auch auf dem Kanal euch vorstellen zu dürfen. Das waren so ein bisschen meine Highlights, die ich so hatte zur Eurobike 24. Es waren ein paar Downs dabei und ein paar Ups dabei. Ganz klares Down dieses Jahr, was Bosch abgeliefert hat. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas nicht fertig wurde, weil es wurde eigentlich außer Software und das neue Schaltwerk, was eigentlich nur unterm Radar oftmals lief, nichts vorgestellt. Und der Mythos um die abgeklebten Motoren ist so ein kleines Déjà-vu. Das hatten wir schon mal vor, ich glaube, vier Jahren oder fünf Jahren auf einer Messe, wo auch schon mal sowas war, wo es eigentlich ein cooler Marketing-Gag war, um Leuten zu zeigen, ach, es kommt irgendwas, aber wir müssen noch ein klein bisschen warten. Nur Thema Warten könnte gefährlich werden. Wenn DJI Bosch auf der linken Spur überholt, dann wird es für Bosch vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Innovationskraft geben müssen. Soweit diese kleine Spezial-News-Folge hier auf meinem Channel zum Thema Eurobike und was waren meine Favoriten-Produkte von der Eurobike 24. Lasst noch ein Abo da, lasst noch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao!